hi hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von gamer coach ich bin chen er ist gamer coach ich hoffe euch geht es gut david ist nur dein gamertag ganz genau so dass ihr da seid ihr seht schon ich habe hier meine speziflast geöffnet das heißt es kann losgehen wir sind das sind bei 91 prozent ich dachte erst bei 80 warum erst nicht mal viel das heißt die werden der ziel kraftwerk weiterbauen ich mach einfach mal das erste level weil ich gerade hier lustig hier flucht aus der wirbelvendhöhle das fette mikrofon um sorry dafür liebe leute für die anvergewaltigung das level ist vom todesmütiger forster bin ja mal gespannt wie todesmütig das sein wird der wind der bläst ein so hoch also blasen ist er machen wir alle gern hört das spiel nicht du hörst das nicht das ist auch nicht das mache es schon noch mit der seite nämlich jetzt den stacker den stacker in todesmütig jetzt hören wir den tun siehst du so da darf man nicht in die plümen weil die verfickt ein das ist nur und zum plümen auch gar keinen vater also nicht aber muss man wenn der wind nicht grad Ich sag doch, ich hab die Q0, kann ein paar Geschäfte aus hier. Sniiif! Oh ne, Leute könnt ihr mal einfach das Video Dislike, damit er auch weiter rumzusniefen. Einfach mal allen Dislike da lassen, weil er sagt die ganze Zeit Sniif. Mann, ich bin richtig scheiße gerade. Ja, weil du krank warst. Ja, weil ich krank war, er die ganze Zeit Sniif! Ja, weil du zu mir gesagt hast, du kannst heute nicht kommen, da ich krank bin. Und deswegen sage ich dann Sniif! Ja, deswegen sagt, ja. Ich sei dir echt belastend. Weil du Sniifst! So, jetzt konzentrieren wir uns mal alle, weil wir sind alle kleine Pädokinder. Okay, Sniif erstmal durch und dann... Sniif! Alter, was ist denn das? Hallo! Hallo! Spring doch, du Fettsack! Wer ist denn das? Ich drück A, aber der meint so, ne. Will ich nicht. Man muss sagen, oh, da sein, wenn das da nicht da ist. Verstehst du? Ja, versteh ich. Nimm mich jetzt für Beispiel. Versteh ich, Gamecoach. Und wenn das Ding da ist, darf man nicht da sein. Nimm mich in den Videos einfach da. Ja. Nein, ich nenn dich Gamecoach. Nee, du heißt Gamecoach, sei es halt der Sandel, wo du auch mit bist. Ich meine, du hast auch so Gamecoach, also könnte ich das auch Gamecoach. Ne. Alter, was ist das für ein Hurensohn? Du musst die Bomben da drüber werfen. Warte mal, erwarten sie sich? Ich hab die doch gegriffen! Du musst erstmal auf die drauf springen und dann... Hab ich doch gemacht! Hast du nicht. Was ist das? Warte ist aber... Passt aber nicht. Nö, jetzt geht's von unten wieder. Ja, ist, ist gut. Sonst hier mal Ruhe! Ich hab's halt immer noch selbst, was ich gemacht hab und was nicht. Das Video ist... Das Level ist eigentlich echt eng. So, komm her du kleine Bomben. Das ist ja Bomben. So. Ah, Huren. Was? Hör! Das Ding auch in der Sekunde explodiert! Wie lachst du jetzt da rüber? Hiiiiihihi! Schnief! Du bist hier... Aber ne, das Level's Harvest jetzt zu uns besser ist. Pein! Ich hab jetzt halt eine Woche kein... Meckermann, oh Gott. Meckermann. Weil du geschniefst hast. Oh, yeah! Ich hab fast eine Woche kein Mario geshockt. Ich bin raus! Lach! Hihihi! Wie? Sonst muss ich hier leider distanzieren. Ich werd' einen zweiten Balken über deine Fresse machen. Damit die Leute nicht verstört sind. Ich könnte dich eigentlich eh mal machen. Sonst bekomm ich das Werden von einem Jugendsturz, dass es nicht jugendfrei ist. Wenn man deine Fresse sieht! Wie war eigentlich das letzte Splatfest? Ich hab davon nur zwei Teams gemacht. Leider. Ich wollte eigentlich mehr machen. Aber da kann irgendwas was wissen. Und wie wird dann die Fortsetzung sein? Das weiß man auch nicht! Ich... Hallo! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Ich schau mal derweil, ob mir jemand geschrieben hat. Welcher sollte dir irgendwer schreiben? Mitzuka, die hat mir Hallo geschrieben. Wer ist das? Kennst du nicht? Kennst du sie? Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Hä? Ist das so eine, die in deiner Nähe wohnt? Nee. Kannst du nicht diese anzeigen? So Discord. Tina, 95 wohnt in deiner Nähe und für Spaß haben. Egal wo ich bin, ich diese Tina in meiner Nähe. Egal ob ich in das Rudel bin, oder wenn ich zuhause bin, ich immer zwei Kilometer entfernt. Tina. Also entweder Stork Team ist, oder sie ist zufrieden immer meiner Nähe. Wir belassen uns das mal auf dem Zufall. Du bist noch auf anderen Dichter zu hören, gibt's denn sowas hier? Ja, schau mal! Uff! Das sind ein Paar. Ja, bei der Game-Account ist auch der geilste, ne? So. Ist ja auch nicht ohne Grund hier fast am obersten! Ne, der geilste ist der da. Der kennt's aber nicht. Ne, ich kenn nur die guten. So, jetzt hat läuft da! Hase. Wahrscheinlich hast du auch nur so einen Server. Auf dem du da drauf bist. Ach, come on! Ich dachte man wird da ein anderes Item bekommen. Das ist dumm. Fuck. Und nicht umbitte. Uff! Waa! Ha! Nee, ist klar. Waaa! Waa! Waaa!! Waaa!! Dünst heißt, so ein Dünstes produzieren hier alles. Ich könnte mit jeder Folge Mario Maker so viel Dünstes produzieren, dass das ganze Bad kaputt gehen würde dabei. Interessantes Gespräch, danke. Und das ist alles der hochwertige Dünstes dann. Und nicht der wilde Dünstes von Ali. So. Danke für das Gespräch. Das ist die Seite, weil Dünstes. So, komm her Bombe! Ich bombe die, ich bombe die, ich bombe die, ich bombe die Nischkuschelstamme, Nackoy. Oh, Köpfer. Du musst es nicht halten, der. Fuck. Du musst es nicht mehr halten. Ja, ich druck aber auf verseh nicht die Taste, weil ich behindert bin. Ich hab doch hier... Ach komm, mach es los, ich hab das Glück auf mir. Ich bin beleidigt. Prost. Du kannst doch ein bisschen hier zu mir, dann sehen dich die Leute auch komplett. Danke, gib doch. Ich dachte, die wollen mich eh nicht sehen. Na, hast du recht. Umfragen zufolge, weil dich keiner sehen. Weil du gestern mal am Ecker bist, wie es. Und das passt dem guten Gamer-Coach gar nicht. Ja gut, 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 gut. Jetzt zeigt er dabei... Wie viele Sekunden habe ich das geschafft? Wie der Hase läuft denn zu viel. Zu viel. Wow, du bist stolz auf dich. Du bist auf einer Plattform, wo du nicht sein solltest. Wie der Hase läuft. Hurens Bast. Siehst du, so einfach geht's. Siehst du was, wer... So jetzt bist du dran, sag du mal spielen, ja. Jetzt darf der Pro spielen. Ich glaub gar nicht. Hallo. 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 Hi. Wie geht's denn so? Scheiße. Weil du neben mir sitzt. Nein, sitz. Schnief. 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 Was ist denn da Hintergrundmusik, alter? Ja. Ritter der Kanonenkugel. Was? Ritter auf der Kanonenkugel. Das klingt geil. Und irgendwie auch so weiterzeugt. Okay. Und da wurde der Likopold schon vorbereitet. Das hören die eh nicht mehr. Doch, das hören die leider noch. Glaubst du? Ja. Ich bin jetzt aber hier wieder unzufrieden. Wartet mal. Das fängt Leute. Oh. goh. gau. Es ist irgendwie nicht so schwer. Die rakete auf der so inferter Maulwurf zieht. Was ist der? Du weißt schon, wenn die Zeit vorbei ist, verreckst du ne? Ach du, aaaah Ups 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 SNIEF SNIEF Vergewaltige doch nicht die Ohren des Hushauer Die finden sowas nämlich nicht so geil, müssen wir wissen Du bist es viel besser in Super Mario, das ist Schön, dass du es merkst Das würdest du einfach ne Sandel übernehmen hier Ah ne, es ist ja es Hast du gesehen, dass ich diese Münze gerade eben geholt habe? Ups Es war aber auch mehr Glück als sonst irgendwas Die roten fallen doppelt so schnell Schön, dass du es merkst Ganz weit nach oben NARIATIM 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 Tsch So Windige Wolken ausfü wollen Na, ok Komm Seht ein Sandflöch so geil Entschuldigung der Himmels sehr gewaltiger ja unbedingt hier ein Pennmusik und hier ist doch jeden Tag mit dem Schlafen kann ich noch da ein Komiker später und auch mehr wenn er die Komisse im Mund ich mag Hunde nicht ich weiß er war keine Hunde wie kann ich keine Hunde mögen wie kannst du Hunde mehr mögen als Katzen es gibt nur manchen Hunde und es gibt keine was und das war süß ja dein süßer Hund ist ja noch was anderes als was aber meine Katze das ist das süßeste Wesen auf der Welt A A A ich muss A A machen als was hast du dich verlaufen mein Kleiner HALT STOPP okay D L genau B und es ist jetzt erst noch 0,0% schwer krank Hurensohn da AAH sobald man einmal was falsches sagt ich sag nix wow du hast es geschafft jetzt bin ich ne schnie sonntag ich könnte dich jetzt anhusten und anstecken obwohl ich gar nicht mal ansteckend bin iiiih du steckst alle an dativ, akkusativ, genitaltiv so kennst du den? hat du immer der deutsche lehrer erklärt so welche Worte hat ich das? akkusativ, genitaltiv hahaha so das sind das ist gut erklärt deutsche lehrer kennst du nicht nennst keine namen hier meistens donut wird essen müssen ja keine donut und vor allem wie einfach ist das level kommt das konnte ich sogar schaffen das level was ist für ein einfacher kinder garten bums hier das ist ja gemein wenn du es machst ich ich bring diesen arsch die man einen wald macht dann es geht man kann man keinen wollte und machen sagt es ist doch ganz einfach man in dieser version kann man kein wort ich weiß das ist ja verreckst du jetzt spaßt ja ja jetzt geht es hier ja nein 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 schnitt hier hier man kann wegen einer münze können wir nichts bauen eine schuld uns fehlt eine mütze eine münze bis wir was bauen können es ist seine schuld dass wir jetzt nichts bauen können also ich habe einen vorschlag wir vergewaltigen ihn er lebt doch die holst du uns wieder ja ich kann ja die hol ich wieder Er holt die wieder Derweil machst du das Level Ja jetzt hol doch mal die Sofort Ja hol jetzt die Mütze Ah jetzt wer will der Jetzt Ho oi Gar nicht mehr was du selbst geworfen Ich lass dir das best So Mann Stell jetzt die Kamera wieder normal hin Haha ne Da Ich kann nix mehr sehen Ich muss mir wieder zeigen wo der Hammer hängt Kann ich ihn umbringen? Äh Alter ISHM Oh ne Ich hab wieder ein Aids Pur Level Was da halt nix Ich hab sogar hieß Letzboss Ein Nein Du wirst sterben Du wirst sterben Du wirst sterben Ein Streckwert ist Wie bist du nicht gestorben? Ich bin Pro Aber jetzt wirst du sterben Ich find Der Stil hier ist voll lol Wenn du jetzt von vergesst dann musst du stehen Ja 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 unbedingt werde ich am stören Einfach paar mal hier lol Ehh 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 So eine kleine Wichsfisse Du werdet jetzt eliminiert Was nützt es jetzt? Was nützt es jetzt? Money! Money money! It's a party! Party in der Hood Anfänger Sneller Schneller 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 Kreiztier Klappe Sicht zu Level gelöst Ehh Ehrenhaft Ehrenhaft Und du hast kein Leben verloren Respekt Ich bin halt Gericht halt tief Wer hätte ich die Cam groß machen sollen? Ich bin halt genitaltiv! Okay, es ist nicht mal nur zu kommen, zweitens mal. Endlich, was mir erst launen ist. Das war noch nie witzig. Was mache ich hier? Soll ich auch mal hier anblasen? Super lieben Freude! Das war's mit dem Part! Noch ein Schlusswort? Ja hier, du darfst es was sagen. Aprikose. Marmelade! Was ist Aprikose? Nein, Aprikose ist ein guter Schlusswort. Aprikose in der Hose! So. Bananen in der Nase. Kannst nicht... Ich wollte mal lieber sagen, macht's gut Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao! Ciao! Also, liebe Freunde. Ja, guck's aus. fn. 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 Untertitelung des ZDF, 2020